Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus meiner Sicht ist dieses Zuständigkeitsbereinigungsgesetz, das ist ja auch schon ein so schöner, langer und bürokratischer Titel, aber das Gesetz ist aus meiner Sicht und aus der Sicht meiner Fraktion nachvollziehbar. Es vollzieht den Regierungswechsel nach und eben die geänderten Zuständigkeiten und insofern werden wir diesem Gesetzentwurf auch zustimmen.